120 Jahre VfC Plauen. Wow, was ist das für ein stolzes Jubiläum. Ich gratuliere allen Mitgliedern, allen Unterstützern, allen Fans und allen Freunden des VfC Plauen. Der VfC Plauen ist ein fester Bestandteil in der Spitzenstadt. Und gemeinsam haben sie Erfolge erzielt, haben sie Siege in der Fußballfamilie gefeiert. Gemeinsam haben sie aber auch Tiefen durchstanden und sie sind gestärkt daraus hervorgegangen. Der VfC Plauen hat aber nicht nur auf dem Platz eine Rolle gefunden, sondern auch im gesellschaftlichen Leben. Ich erinnere beispielsweise an das Integrationsteam des VfC Plauen oder an das Fanprojekt Badkurve hilft. Fußball verbindet und Fußball hat auch immer die Gabe, Menschen zusammenzubringen, Freundschaften zu schließen und auch Gemeinschaft zu stiften. Dafür stehen sie, dafür steht der VfC Plauen. Ich gratuliere Ihnen nochmals recht herzlich zu Ihrem Jubiläum auf die nächsten 120 Jahre.